hallo und herzlich willkommen ich bin der lautschmer ja und es gibt was zu feiern denn wir haben knapp über 260 abonnenten jawohl und zu diesem anlass gibt es natürlich was zu verlosen und zwar eine paysafe karte im wert von 15 euro und was ihr dafür tun ist es eigentlich ganz einfach ihr müsst unter diesem beitrag mir ein like geben und meinen kanal abonnieren wenn ihr das nicht schon getan habt ja und das war es eigentlich schon also wie gesagt ein like wäre ganz schön für diesen beitrag oder genau und dann noch ein kommentar nein ein kommentar genau ihr müsst ein kommentar richtig jetzt haben wir schon dreimal gesagt unter dem beitrag verfassen da könnt ihr reinschreiben was ihr wollt also wie gesagt und natürlich ein abonnement das wäre ganz nett und das ganze soll bis sonntag gehen also das ist der 15 genau sonntag den 15 dann wird so eine kleine auslosung unter den teilnehmern geben und die werden dann natürlich von mir benachrichtigt und das soll es auch gewesen sein also wie gesagt es gibt eine 15 euro paysafe karte zu gewinnen dafür müsst ihr nur meinen kanal abonnieren und ein kommentar verfassen und das war es eigentlich auch schon des weiteren zu meinem kanal gibt es noch folgendes zu sagen momentan habe ich ja die projekte mit far drive 4 am start und auch noch die order 1886 natürlich geht es da auch noch weiter es werden noch weitere blockbuster spiele folgen auch noch in die spiele irgendwelche horror in die spiele wenn ihr da eine idee habt und auch mal was sehen wollt könnt ihr das gerne auch in die kommentare schreiben das wäre natürlich auch ganz nice ja und ansonsten so was bleibt mir noch zu sagen ja schaut euch einfach mal meine videos an wenn es euch gefällt wie gesagt schreibt mal gern was runter weil feedback ist verdammt wichtig für let's player dass er mal weiß und kommt das überhaupt an was er da macht und ja also ich würde mich freuen genau und wie gesagt was gibt es noch eigentlich zu erwähnen ja genau soll noch ein gta online let's play geben oder mehrere geht ja online let's place weil ja morgen kommen ja da die online heißt endlich und ich habe jetzt eine kleine crew gefunden mit der ich das ganze machen will und da gibt es natürlich dann auch let's plays vielleicht manchmal auch mal ein livestream oder so das wird man sehen ja wie gesagt das soll es eigentlich mal von mir gewesen sein es wird noch einiges kommen also es wird sicherlich nicht langweilig auf dem kanal auch paar geschichten mit facecam ich bin halt so ein typisch mache halt gern sowas bei so horrorsachen und sowas ich brauche das nicht wirklich bei jedem spiel weil ich finde viele leute die sagen mit facecam machen das alles toll und wunderbar das können ja auch gerne so beibehalten aber ich finde da geht einfach der spielinhalt verloren weil man sich gerne dann mehr auf die facecam konzentriert als auf das gespielte und ja deswegen finde ich das bei ganz normalen spielen wie jetzt zum beispiel bei meinen sachen wie far cry 4 oder die order eher quatsch und werde es weiter erst mal bei bei so horrorsachen behalten weil da ist die reaktion dann natürlich um einiges schöner besser und das ist interessanter ja und naja okay das soll es auch mal von mir gewesen sein wie gesagt noch mal zur verlosung 15 euro paysafe karte gibt es zu gewinnen dafür nur ein abonnement und ein kommentar ihr könnt ihr könnt auch gerne diesen beitrag liken das wäre auch ganz schön mehr ist es nicht es kostet nichts es gibt nur was zu gewinnen also von daher und rein das soll es mal von mir gewesen sein ja bis zum nächsten mal euer laut man